Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der Igel, spezifisch der West- oder europäische Igel, gehört zur Familie der Igelartigen und repräsentiert die größten Igelarten in seiner Region. Charakteristisch für ihn ist sein mit Stacheln bedeckter Körper, dessen Oberseite eine gelbliche Farbe mit einem dunklen Band in der Mitte aufweist, während die Unterseite gelb oder braun, beim östlichen Igel weißlich, gefärbt ist. Der Igel ist ein nachtaktives, insektenfressendes Säugetier, das sich bei Gefahr zu einer Kugel zusammenrollt. Er ist vornehmlich in Europa beheimatet, wobei der westliche Igel vor allem in der westlichen Hälfte Polens und in städtischen wie auch ländlichen Gebieten anzutreffen ist. Er wurde zudem in Neuseeland eingeführt. Die Art ist nicht vom Aussterben bedroht und steht in Polen unter Schutz. Der europäische Igel erreicht eine Körperlänge von 20 bis 35 cm und ein Gewicht von bis zu 1,4 kg. Der kleine Schwanz misst etwa 4 bis 5 cm. Diese Tiere können ein Alter von bis zu 10 Jahren erreichen. Die spezifischen Körpermerkmale umfassen neben den für Igel typischen Stacheln, die eine gelbliche Färbung mit einer dunklen Mitte aufweisen, auch eine gelbliche bis braune Bauchseite. Ihre Größe und ihr Gewicht variieren je nach Lebensraum und Ernährungsbedingungen. Igel ernähren sich hauptsächlich von Insekten, Schnecken, Würmern und gelegentlich kleinen Wirbeltieren sowie Eiern von Bodenbrütern. Sie fressen pflanzliche Nahrung nur, wenn tierische Kost knapp ist, einschließlich verschiedener Früchte. In der Nahrungskette stehen sie über den von ihnen gefressenen Wirbellosen und unter Raubtieren und Greifvögeln, die Igel als Beute betrachten. Die natürlichen Feinde des Igels sind unter anderem Eulen und größere Raubtiere, die in der Lage sind, die stachelige Verteidigung zu überwinden. Europäische Igel sind vor allem in Wäldern, Gärten und Parks anzutreffen. Sie bevorzugen Lebensräume, die ihnen ausreichend Unterschlupf- und Nahrungsquellen bieten. Neben natürlichen Habitaten adaptieren sie gut an von Menschen gestaltete Umgebungen und können häufig in ländlichen sowie städtischen Gebieten beobachtet werden. Ihr Vorkommen erstreckt sich über große Teile Europas und sie wurden erfolgreich in Neuseeland etabliert. Igel nutzen eine Vielzahl von Verstecken, wie Laubhaufen, Sträucher oder von Menschen bereitgestellte Unterschlüpfe, um sich tagsüber zu verbergen oder um zu überwintern. Verstecken, wie Laubhaufen, Sträucher oder von Menschen bereitgestellte Unterschlupf- und Nahrungsquellen. Verstecken, wie Laubhaufen, Nahrungsquellen. Auf Wiedersehen.